Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid, bei meinem Lieblings-Let's Play. Ich hoffe auch, dass ich dieses Mal nicht wieder Werbung auf mein Video geschaltet bekomme, weil ich wieder Sachen von dritt an wie ich da drin habe. Und ich glaube, es ist ja diese Star-Wars-Musik gemeint, was ich irgendwie blöd finde, dass man für sowas noch Werbung auf den Scheiß bekommt. Ich bin sicher, wie dieses Spiel gekauft. Und ich denke mir, sowas soll der Scheiß. Gut. Ah. Ja. Ja. Das ist cool. Ja. Na ja... Mei-Swindu! Oh, bin ich jetzt? Bin ich? Oh, cool! Mit mir nicht! Oh, das ist... das ist ein Kollege? Oh, und jetzt bin ich gestorben. Okay, los, Druidika, stirb! Aha. So viel zu dir. Und zu dir. Zu dir. Und ich darf gleich. Zu dir. Aha, und du stehst auch. Und dann stehst du noch ein bisschen. Okay, ihr sterbt, oder? Oh, das ist ein schönes Teil. Was mir alle sagen, ich soll so fast, dass ich sie sammeln soll. Ich hab eben keine Lust auf mich stehen, ich hab jetzt 100%-Runs und ohne mich viele Teile sammeln. Ich mach' ich eben noch nie. Ich hab' das auch mal im Star Wars Let's Play erzählt. Star Wars ist Skyrim Let's Play. Dass ich sowas eigentlich immer arm finde. Was eigentlich immer für schlechte Spiele steht. Wenn man so alles scheiß sammeln muss. Also, es steht nicht für schlechte Spiele direkt. Meistens ist das in guten Spielen. Also, dann sind sie guten Spiele, oder was ich halt immer machen muss. Aber davon abgesehen, finde ich... Ich muss eigentlich nicht lernen, was mach' ich hier eigentlich? Genau, es stimmt jetzt auch. Muss ich eigentlich irgendwas machen? Das jetzt nicht lernen muss. Das ist ja der Türke, oder wie? Da wurden die jetzt schon als Soldat eingesetzt. Das heißt ja eigentlich, die jenischen Friedenshüter. Aber... ...irgendwie... ...sind sie da wohl nicht ganz ehrlich gewesen. Okay, das sammeln ich hier mal alles schön ein. Oh, vielleicht muss ich die losschneiden. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Oh, ja, der hätte ich vielleicht schon noch kommen können. Oh, Superkampf für ihn. So, ich schreibe mich hier auch noch ein. Bam! Und weiter geht's. Aha, ich spürt meine Machtkräfte. Und du, und du. Aha, mein, nicht schwer. Mach deinen komischen Schallsatz, war kaputt. Bam, bam. Wow. Angriff. Wow. Das war nicht gut. Angriff. Heilige Scheiße. Und jetzt du doch. Letzter, neben der Kampffriede. Komm, Schau. Du auch. Maaan, ich wollte dich gerade wegmachen. Über die Macht. Und du auch. Haha. Oh, das ist ein, ihr Druinikas. Was ist das hier eigentlich? Ruine oder so? Ja, ich glaube, es ist die Ruine. Ich hätte vielleicht noch früher aufkommen können. Aha, Druinikas. Oh, ich bekomme die auch noch alle. Wow. Ich bin immer noch stark, dieser Sprung. Und da schildert ein Schlag rechtes. Was war das jetzt? Ah. Ja, Druinikas. Und du auch. Und zack, zack. Zack. Und hier zack. Und dann noch ein bisschen zack, zack. Oh, ich kann das zusammenbauen. Ich brauche gerne Sachen zusammen. Jetzt hole ich dich hier runter. Jetzt gebär ich die Gegend. Och ne, wo kommen die jetzt auf einmal her? Können sich auch nicht entscheiden hier. Och, komm schon. So, okay, dazu. Dann nehme ich noch ein bisschen. Den? Weil der Kampfstüge-Fecher von den Küken. Ja, Jedi. Und ich bin tot. Und du noch ein bisschen. Ha! 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 Okay, wer will noch mal in Macht zu spüren kommen? Ich spüre die gute Seite der Macht. Ha! Hier sind noch andere Kollegen von mir, die angreifen können. Nicht nur mich. Meine Güte! Bam! Oh, wir können ja noch was zusammenbauen. Und jetzt? Wer kann ich jetzt da drück schicken? Ach, komm schon. Hier sind tausende Kollegen und keiner macht was. Gut, das hat dann auch noch weg. Gut, das hat dann auch noch weg. Ist das ein Turmbau? Scheint so, oder? Ja, eigentlich scheint das auch sowas. So, nur. Jetzt? Oh, da ist noch einer. Spüre mein Nichtschwert. Oh, wie, er ist in Rotab. Bam. Und abgewehrt. Ha! Und du? Komm, ein Rotlächeln und kriege ich gerade fair. Ah, ja. Ha! Boah, da kam es nicht vor irgendwie wann gefällt mir. Bäh, Gusta! Auch nicht schon wieder so einem Dreck. Dann verteilen sie sich nicht wieder überall. Auf dem Level ist ja noch drauf. Ich muss hier nichts mehr actionreiches Level. Es sind viele Geballer. Oh, Entschuldigung. Und hier noch mal. Doch, okay. Und hier nochmal. Bam, bam, bam. Hier um einen Machtschub. Du, hier dein Herz, nämlich. Eins auch. Du bist immer so ein hier. Und du auch. Und du auch. Ja, so ein Jedes-Sachen müssen wir uns übertrieben stark. Ah, ah. Oh, das wieder so einer. Ach, das tut mir, ist keiner um den. Zu dir, zu dir, und zu dir. Aber ja, wir fänden hier noch nicht die Gegend. Ach, leiden wir mit dem Roter. Ah, die sind ja auch noch. Bam. Los, Obi-Wan, metze dich durch. Nicht den. Ah, hier ist der Roter. Was fehlt jetzt noch? Ein Roter und ein so ein Typ. Ah, das ist ja ja. Aha, ha. Zack. So, jetzt sind wir so ein dimmiger Roter. Im Prinzip. Entschuldigung. Aha, Nadine. Und du auch. Ja, ah, da hinten ist doch so ein Ding, natürlich. Um alle Ratten zu sammeln. Aber bevor ich den Roten töte, sammle ich das ein. Bäm. Was kommt jetzt da auf mich zu? Keine Ahnung. Oh, Boba Fett. Ne, Jango Fett. Jango Fett ist das, ja. Jango. Zack. Oh, der schon wieder. Kann doch schon mal. Okay, hier verkleidet er weg. Aha, aha. Und wieder geblockt. So lernt's auch nicht. Ah. Und Angriff. Und jetzt. Da kam, da kam. Ich krieg dich. Ich kann nicht so blitze gucken. Aha. Och, nee. Ich war wieder, diese Scheiß. Der letzte Mal kann ich diesen Nahkampfschlag sein. Oder auch nicht. Hahaha. Babam, babam. Ich hab was. Oh, nee. Ich hab's noch im Raumschiff. Wenn du musst. Komm, steig zu mir. Ich hab's noch im Stock aus. Ist da nicht der Kopf aus meinem Vater drin? Yeah. Ich hab mir das Maul gekauft. Und die Redekasse. Ich kann jetzt spielen. Das hat mir zerkratzt. Haha. Geh, 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 geh! Ich dachte mir eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur Zufall, dass ich das ausreden kann, wenn ich jetzt da was mache. Mal sehen, was daraus wird. Cool! Yeah! Ist ja geil! Oh! Oh, okay! Ich hab ihn gefliegen. Aha! Spüre die Macht! Ah, aha! Und hier noch vorbei. Oh! Hagel, Hagel! Und hier kriegt er auch noch ein Festleg. Hä? Der letzte Raumschirmplatz kann doch wohl... ...kann doch wohl hochfliegen. Das hab ich noch nie gesehen, dass ein Raumschirm bei Tode gefallen ist. Oh, das ist zu tief. Ne, so hoch kann ich nicht fliegen. Ich bin nur gleich, was geht der Raumschirm. Oh, ja. So. So viel dazu. So viel dazu. Okay. Okay. Da kommt ein Fokken. So. Oh, Fokken. Nein! Sieg schon wieder. Okay, oder? Und das ist ein Raumschirm. Wird doch wohl fliegen können. Okay. So. 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 Högli nicht. Diese Pilotsquote macht sich wieder volles Leben. Okay, dann würde ich nicht so drauf warten. Na okay, ich wurde nicht mitge Singleplomaten. Geht 그냥 hier mal oft runter. Ja, doch, es bleibt dann sicher sich was aufzukommen. Auf dem Fall. Na ja, doch Gerste. Oh, das ist ja... Ja, das ist ja... Oh, das ist ja... Okay... Ich denke, ich habe einen... Ich bin Joda... Ah... Oh... Oh, nein... Oh, knapp... Nein, das muss ich auch noch haben... Und jetzt hier... Und rumgeballert... Ich darf nicht sterben... Oh, hier ist eigentlich ein Herz... Und dein Herz... Nein, nein... Oh, komm... Das ist immer die gleiche Stelle... Hier bin ich wieder... Oh, nein... Zurück... Hier... Oh... Ich bin hier auf Kippe... Wenn ich da komme... Ich schieße irgendwie... Nee... Nein... Oh, komm... Och, nee... Auf jeden Fall habe ich keinen... Kein Spezialer... Also mit Enter... Obwohl ich jetzt meine... Macht... Darauf habe... Geht nichts... Boah... Mach... Nee... Wie die Neuerm... Bei der Seite ist... Wie sie nach vorne und nach hinten... ooo... Wie sie Infobox... Hier lange... Das war schon passiert... Und... Ich habe aber immer noch... Ich habe auch immer noch... ...eine... Let's play! Ich sage, du... ...ich kann ja nichts was schiefgehen... Das war dann... ... dass er mich am meisten... ... bereutig von allen Sätzen... Ich bin jetzt hier. Okay. Endcum, endcum. Ah ja, hier. Oh. Ah genau. So geht's. Okay. Oh. Oh. Oh, da ging's doch gleich ab. In den Karschen. Nein. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Ha, da bist du ja. Ha. Und jetzt? Ach nee. Boah, das wird knapp. Das wird knapp. Wow, das wird so was von knapp. Ich glaube, ich hab das nicht ja. Nee. Oder? Jo. Boah. Okay. Ich muss hier schnell gehen hier. Ach komm. Oh, ich bin jetzt. Ja, nicht, 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 nicht. Ha. Okay. So, dann muss ich jetzt noch die Dinger zu gut machen. Nur noch. Schnell, schneller. Ha. Ha. Noch mal hier. Aha. Okay, jetzt müssen wir den verfolgen. Oh, ich weiß schon, was passiert. Irgendjemand wird den Arm verlieren. Wisst ihr wer? Ich weiß es. Aber vielleicht läuft das ihre Arme? Ja, ich hab nur noch. Bam, 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 bam. Ich hab zehn Stück? Echt jetzt? Boah, ich hab nie gedacht. Cool. Was soll ich fortsetzen? KAUNT DOKU BIPP KAUNT DOKU Ich möchte meinen Fans auch etwas geben. Was ist das? Ähm, nein, Anakin möchte mich jetzt blöd. Er ist ein Karreter. Oh, ich kriege ihn hoch, weil ich so einen kranker Hager habe. Ich kriege doch nicht alle. Wo kommen die auf einmal her? Oh, ich könnte nichts machen. Ich bin ein Jedi. Mann! Das sieht auch nicht so blöd an, Obi. Ha, geht sie durch? Nein! Gehen wir nicht lang? Ah, hier. Oder? Können wir schon auch etwas machen, oder? Ach, der Putsch. Natürlich, ich kann nichts machen. Ich kann ja so gut alles kaputt machen. Ach so, verstehe ich schon. Das stelle ich nicht so blöd an. Ach komm! Ach, hier bist du. So, stell du dich da drauf. Kannst du das? Ach so? Nee, oder? Ja, ich glaub's nicht. Hm. Nehmen wir mal an, ich müsste diesen Knopf nicht drücken. Wo muss ich dann lang? Also, ich finde die blauen nicht schwer denken, cooler als die grünen. Aber ich glaube, das bin ich alleine mit meiner Meinung. Ach so. Okay. Das kannst du wenigstens. Wenigstens etwas. Hä? Genau. Oh. Oh. Ich glaube, jetzt auch hoch. Egal. Oh. Was das denn jetzt cool ist. Egal. Hm. Vielleicht mit Macht oder so? Nee. Wann geht's nicht so nicht weiter. Vielleicht doch hier. Wann, du bist ein Jedi. Du wirst doch schon mal sehen. Wir müssen ja überhaupt nicht ganz entspannen. Was? Oh. Oh. Hem. Klaufen. Ah, wir wollen jemals noch mal Dept. Warum ist das so? Ok. Ich schiege ja noch mal selbst auf... Und was will dazu... Oh. Ich glaube, da kann ich mit dem nicht so hohen Sprungkraft erledigen. Das ist ein komischen... Jar Jar Binks, genau. Den ich gar nicht mag. Jar Jar Binks ist unsympathisch. Ist hier irgendwas? Macht vielleicht? Nee. Oho. Ich hasse das. Was soll das denn? So, vielleicht. Ah, jetzt eine bekloppt. Das hat er doch fast geschafft. Mann. Okay, fast geschafft. Ach, komm schon. Wie blöd kann man denn sein? Jetzt wird es auch niemand. Komm schon. Ja. Und jetzt? Wahrscheinlich so dämlich an. Oh Gott. Ich glaub's nicht. Ey, ich kann's nicht fassen. Was geht denn hier ab? Vielleicht Macht machen hier? Ah. So. Was mach ich jetzt hier? Vielleicht muss ich den hier reinstellen. Der hat das andere nicht. Hm, ich versteh's nicht. Ich bin so unabhängig blöd. Mein Kollege. Hm. Ach, komm schon. Boah. Boah. Nee, oder? Hm. Puh, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Okay, ich mach eben Pause. Also ich von der rechten Part kurz. Und guck, wie's hier weitergeht. Bis gleich. Okay. Okay, da bin ich wieder. Man musste einfach hier außen rum, glaube ich. Ich glaub, ich muss es nicht außen rum, musste. Ja. Cool. So weit. So gut. Okay. So, ein schöner Weg hier. Guck, was passiert. Nee, ich glaub, es ist der falsche Weg. Oh, nee, oder? Komm schon. Komm schon. Frittet mich, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ja. JAH. Ja. Ich habe eine Idee, wie's gehen können. So könnte es wirklich gehen. Jetzt wieder den anderen steuern. Mein Gott, die Tasten wird gelegt. Tasten! Ja! Ach, das ist ja. Geh, um den Geh. Na egal, wir werden es wohl hier fahren. Ach komm schon! Warum nicht? Gut, jetzt werden wir den Obi-Wan noch hochgehen. Nee, komm. Obi-Wan ist schlauer da. Jetzt los hier. Jetzt los hier. Ist er gestorben oder was? Okay, ich steig mit dem wieder aus. Sonst nervt er mich noch zu viel. Gut. Hier rüber. Hier rüber. Und geschafft. Dann lasst uns jetzt gegen Count Dooku kämpfen. Ich bin mit dem noch so ein Fakt. Ich bin mit dem nicht so ein Fakt. Ich bin mit dem noch so ein Fakt. Ich bin mit dem noch ein Fakt. Dasselbe. Und noch mal Und noch mal Und noch mal Oh Ich komm jetzt wieder hier Oh Naja Cool Nicht mit mir Nicht mit mir Und irgendwann schreibt mich grad wieder an Ja Komm schon Hau und Na gut Ich mach hier ein bisschen Macht Macht Duell Aha Ja Ja Ihr habt deine Hand verloren Der Kanduk ist ja glaube ich nicht wirklich böse Ich glaube der ja Oh cool Wow Cool Haha Das ist für ein mega Angriff Kann der auch normal laufen? Ich glaube nicht Aha Macht Duell auch zurück Oder Der kann nicht normal laufen Das ist ja lustig Komm noch Doch macht Witz Guck mal Da kann ich nochmal laufen Aha Ich bin besser als du Ich bin Yoda Oh Oh Das war cool Boah Jetzt kommt er Hallo Hallo Viel noch lernen Du musst Junger Skywalker Ich glaube man hört nicht Dass ich so verschnupft bin Minikill Wow Ich habe richtig viel zusammengebaut Ich mache mal Fortsetzen Und gucke was passiert Meine Zwischensequenz Wer ist denn da? Das ist dieser Stadtbrennen Ne? Ah Besser ja Der Infernatur War das schon zwei? Ja Schnell War aber cool Ja gut Die will sich doch mich ansehen So viel dazu Wie so Eins und zwei gemeistert So abschließen Natürlich jetzt Abschließen wir Licht jetzt hier Oh Guck mal Unterschied Licht 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 weit weg Wart mal Licht weit weg Äh Ich bin alt Meine alten Knochen Knacken Wie ein toter Ass Im Wald Ich bin alt Nein Ich möchte zurück Nein Ich möchte auf meine Ach komm Nein Ich möchte hier weg Ich gehe auf den Parkplatz Das war lustig Mit dem Lichtschwert Lichtschwert Haha Ich laufe Also ich springe hier nicht rum Der läuft wirklich nicht so Dann kann ich so jemanden treffen Ja gut Nicht wirklich Ah Hier ist es ja Hier kann ich hier doch rein Oder? Nein Wahrscheinlich doch nicht Man muss ein I Und jetzt Oh 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 cool Hä Egal Ich rufe mir das Und guck mal Was hier hinten Abgeht Ich rufe mir das Ende Irgendwie Ich rufe mir das Zu dem Hier Wäre egal Jo 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 Super dient Ich weiß nicht mehr wie Das ist verdient Warum ist hier jetzt kein Computer dran? Von der anderen Seite? Ah, das wäre... Ah, ja, genau! Und das kann ich jetzt hiermit machen? Kann ich hiermit steuern? Nee, oder? Doch, was? Muss ich ihn angucken? Ach, Bomben! Und da hinten hüpft ihr da durch die Gegend fröhlich? Okay, dann beende ich diesen Pfad jetzt hier und sag euch Bye Bye und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play LEGO Star Wars! Tschööö!